Heute habe ich was für euch, das glaubt ihr nicht. Nenn Überlebenden des Althaus Anschlag. Kaniko, Kaniko, spielt mit dir, spielt mit mir. Sie haben diesen Kerl da unten Menschenfleisch essen lassen? Du hast deine Leute verloren. Das macht sich sicher nicht gut in deinem Lebenslauf. Ich will, dass das Mädchen stirbt. Das Mädchen, wegen dem mein Sohn zur Hölle gefahren ist. Kannst du aufhören, so laut zu atmen? Anne ist eine Purellus. Wollen sie die etwa verlieren? Mache ich auf dich den Eindruck, als könne ich sterben. Eure Kugeln haben nichts bewirkt. Kaniko auf Kaniko, du bist in Not, er spielt dich tot. Wow. Motherfucking Dämonen- und Höllentanzerei? Geil, geil, dreimal geil. Was passierte dann? Ich bin doch jetzt auf. Fatherfucking Dämonen- und Höllentanzerei? Ja. Die rebellion근대 domestic ist das wineの Höllentanzerei? Iya.